Hallo miteinander, ich bin Dave und das ist Leo. Wir machen die Lehre als Applikationsentwickler bei der CSS-Versicherung. Heute geben wir euch gerne einen Einblick in unseren Alltag. Also, kommt mit! Wenn es um Gesundheit geht, vertrauen uns rund 1,7 Millionen Menschen. Die CSS ist 1899 gegründet worden und mittlerweile gehören wir zu den grössten Krankenversicherungen. Unser Hauptsitz ist in Luzern. Wir haben aber auch über 100 Agenturen in der ganzen Schweiz und wir beschäftigen rund 2'700 Mitarbeitende. 130 davon sind Lernende und Praktikante. Als Applikationsentwickler hat man verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel das Erstellen von Softwarelösungen, das Testen und das Weiterentwickeln. Natürlich muss man nicht nur in diesem Bereich etwas machen, sondern man muss auch einen guten Kundenkontakt haben, damit man mit dem Kunden die neue Software auch besprechen und planen kann. Wir besuchen jeweils im 1. und 4. Semester das Basislehrjahr, das Modell Splitting in Adligeswil. Mit Hilfe unseres Basislehrjahr-Coach lernen wir mit Lehrlingen aus anderen Betrieben zusammen die Basics vom Programmieren. Im Basislehrjahr macht man auch sein eigenes Projekt. Dort kann man mega viel lernen. Wir werden dort gut vorbereitet, sodass wir im Betrieb voll durchstarten können. Findest du den Beruf Applikationsentwickler wäre etwas für dich? Dann bewirb dich doch zu einem Schnuppertag bei der CSS-Versicherung. Mehr Informationen findest du auf unserer Webseite.